Musik Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer Steiner Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbinden... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Ich war nie auf einer Akademie! Ich war nie auf einer Akademie! Mein Führer, wie Sie wissen, sind alle ärztlichen Administrationen und Verbände, die der SS und Himmler unterstellt sind, inzwischen aus Berlin abgezogen. Himmler ist ein Verräter! Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen! Mein Führer, als Reichsarzt SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier! Ihr Anzug in Berlin zu verlassen ist ganz und gar unakzeptabel! Meine Familie, falls die Russen mich... Ich muss hier weg! Sie haben nichts Unrechtes getan! Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein! Ich übernehme für alles die volle Verantwortung! Wir sprechen ein andermal darüber! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden! Jetzt suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Was denken Sie, Herr Oberst? Wir sollten gehen. Wohin? Weiß nicht. Irgendwohin, wo man uns braucht. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020